Wenn man mal von der Bahn abkommt und in eine gewisse Richtung einschlägt und nicht wieder zurückkommt zum wirklichen Problem, wenn man weitergeht und das alte Problem überdeckt, dann kann ich nur sagen, geht das bergab. Dann geht es Schlag auf Schlag. Man macht Schritte, die man sonst nicht gemacht hätte. Ich meine, die können einen überall hintreiben. Da ist kein Krieg zu weit. Ostersonntag, es geht nicht auf Feuer ab. Wir haben seinen Scho. Ja, schön, holen wir die Waffen.